Fresh Dumbledore Ach nee, Fresh Dumbledore wurde abgelehnt, doch nee Die Confederacy gibt mir hier irgendwie einen Gefallen Da kann ich erstmal keinen Erstkontakt machen, da bin ich aktuell, äh, habe ich keine Kapazitäten Also, welche Tradition war es, die ich wählen wollte, jetzt nochmal, äh, Merkantil oder Vorherrschaft, ne? Ich bin Vorherrschaft Ich bin Vorherrschaft Potenzial Klüger von Anfang Äh, warum sind wir jetzt auf Pause? Keine Ahnung Die Leute von meiner Hauptstadt ziehen schon weg, die haben... Arbeiter, Arbeitslosigkeit Mitarbeiter Dann geben wir euch hier auch noch ein bisschen Industrie Dann dürft ihr hier auch noch arbeiten Arbeitslosigkeit ist nicht erlaubt Research Complete Gar nicht Wo kommen wir da hin, wenn die Leute am Ende noch Hartz 4 wollen Kann immer noch nichts herformen Ich weiß nicht, Hartz 4 Brick Ja, oder Bürgergeld Bürgergeld Ist hier was völlig anderes Konstruktion Complete Was macht denn mein Forschungsschiff da irgendwo da hinten? So, Forschungsschiff Ich wollte doch das Forschungsschiff, glaube ich War nicht ein zeitkritisches, äh, Projekt irgendwie mal Wie geht das da? Ja, er fordert... Ich hab doch ein Forschungsschiff ausgewählt Fastile Fleet engaged Das Forschungsschiff Situationsprotokoll Hochbotschafter, aaa... Keine Ahnung warum der das jetzt nicht will Muss man nicht verstehen So, die Piraten wurden gematt gemacht Doch, die Piraten. Bei mir im Rat sind die auch nicht erlaubt. Was habe ich in der Fraktion? Ich habe Xenophysie und Egalitäre. Okay, das... Das sind natürlich die Grünen. Dann haben wir Operation Battlecry. Die sind autoritär und militaristisch. Dann haben wir hier wieder... Die DNVP haben wir natürlich auch. Dann die Wissenschaftspartei. Das ist natürlich... Wer ist denn so richtig wissenschaftlich an Parteien? Das ist natürlich einfach die Universität... Kassel. Keine Ahnung, die hat ihre eigene Fraktion aus irgendeinem Grund. Und die autoritäre Fraktion, das ist natürlich... Ja... Das ist einfach die Preußen-Fraktion. So heißen die jetzt einfach. Keine Ahnung warum. Und ich habe glaube ich mit irgendjemandem gerade... Oh, ich habe ein unerforschtes, natürliches Grund. Ja, Entschuldigung. Mit deinem Nachbarn. Mit der Mega-Corp. Viel Spaß damit. Ah ja. Ich will hier nicht zu nahe an das gefallene Reich auf jeden Fall rankommen. Das könnte unangenehm enden. Das ist die Frage. Komm, Hasen-Fuß-Quest. Let's go. Gib mir die Hasen-Fuß-Quest. An Alien Empire hat die Kommunikation ausgebildet. Ich habe hier so eine Frosche gespielt. Fürs habe ich Kontakt oder so. An Alien Empire hat die Kommunikation ausgebildet. Warte mal, die ganze Zeit. Nein, die sind wieder. System Survey complete. Konstruktion complete. Ich muss hier jetzt erstmal Spezialprojekte machen. Was für wen haben wir hier? Iwari Braves haben wir da drüben. Irgendwie so ganz klein. Und die haben eine ziemlich harte Flotte. Ranzige Räuber. Und Brandige Bande. Das sind so richtig tolle Namen, die sie haben. Das klingt voll seriös. Was wollt ihr denn? Tributzahlung. Hier, ich habe zu viel Essen. Hier gibt es ein Tribut. Konstruktion complete. Meine Agrarwelt haben die solche zu wenig Arbeit. Dann bereuen die mal. Ich brauche zwar gar nicht mehr Agrar, aber... Dann mache ich demnächst mal irgendwelche voll. Verkaufe hier wieder voll. Wo leben denn meine Leute eigentlich? Die sind natürlich bei dem Minü nicht. Ähm... Hier, ich habe das Fleisch. Ist schwach. um hast du es schon ja gleich ja geht es an der stelle stein pilzen hat hat er roter noch ausgerechnet die agrarwelt wo die leute gar nicht wo die roboter arbeiten selbst aber gar keine agrar brauchen friedensangebot gibt mir confederacy von peter die gibt an glorias irgendwas hier wie stehe ich denn eigentlich zu denen? k.i. eifern herzlich gelehrte erkunder sind die ich hab arsch um die research complete so dichter dschungel wird plattgemacht wir machen jetzt urweit rodung wirtschaft errichten gibt mir die confederacy bei diesen unterlegen da kann man das machen warum höre ich piratenmusik das ist das ist meine mod die hab ich hinzugefügt die fügt die äh die äh die äh die trailer musik von den äh aquaten hinzu in gas botschaften ist das anders föderation ne ja botschaften ist das botschaften gibt dir einfach nur bonus auf so äh äh auf die ganzen botschaftersachen wie ne ja gut so defensivabkommen oh nee wie groß wurdet ihr bitte schön ach du kacke wo compliance all meine äh nachbarn links ach du kacke wurde die groß ach du kacke hier musste ich ja well jetzt mach mal ne vordschaft Florius kennt hier die Hegemonie, sie will irgendwie Stress, habe ich das Gefühl. Peinlich eingestellt, aber sie sind mir militärisch unterlegen. Und dafür werde ich jetzt auch sorgen, dass das auch so bleibt. What the fuck? Ich brauche jetzt ein paar Kreuzer nämlich. So viele Sachen, what the fuck? Und der, der galaktische Rase, so geht es mir auch schon die ganze Zeit. Ich komme hier einfach überhaupt nicht mehr mit mit den 10.000 Pop-Ups. Dann pausiert es halt zwei Minuten, Mensch, das ist doch kein Wildnisuntergang, meine Güte. Alles chill, alles chill, Jungs. Alles in Ordnung. Wir sind da hinten. Kara-Vasai-Reisenden-Koalition ist da hinten noch. Hm. Den kann ich prinzipiell kolonialisieren, aber ich habe nur meine... Warum kann ich mich nicht mit Robotern kolonialisieren? weil dies ist illegal schade ich will aber ja, gibt es nicht so du äh baumpilzario du wirst jetzt mal zu bietereiwelt du kriegst mehr Industrie hier war meine Agrarwelt wo die Roboter drauf sitzen da mach ich jetzt einfach nebendran mal ne Sternenbasis wo dann ein Transithafen hinkommt damit die da auch wegkommen wo ist denn die überhaupt wenn ihr fertig seid könnt ihr beide mal wieder ja ich bin schon ich brauchte gar kein Pausier das hast du ja nur zum Demo ich wollte nicht ich werd mal selber fort dann gehst du wieder das ist hier nicht ausgegebene Eigenschaftspunkte das Eigenschaften die sind Roboter mechanisch die Roboter was kann man denn noch machen wo mache ich denn Eigenschaftspunkte für eine Spezies wir haben zwei Eigenschaftspunkte übrig und dann Vorlage erstellen oder was oder Rechte festen Vorlage Vorlage erstellen und dann kannst du die Vorlage erstellen und dann musst du die die Vorlage entsprechend anwenden so ihr seid Erntemaschinen natürlich weil ihr auf einer Agrarwelt seid System Survey complete dann machen wir jetzt Mähdrescher hier einfach die sollen hier sind nicht so zufrieden den baue ich mal ein Theater hin damit die bei Laune gehalten werden was fehlt euch denn Leute Handelswert ist schlecht Ressourcen von Jobs sind schlecht Konstruktion complete Kriminelle sind unterwegs Kriminelle da sagen wir jetzt natürlich erst mal Polizei Wer ist ein Artfax Sacred Assembly hier? Ich begreife mein Bissensschaftsschiff an Wo ist der Brick? Ich weiß es nicht ich bin irgendwo am Arsch der Welt Aber ich schätze einfach mal er ist irgendwo in der östlichen Hemisphäre in der östlichen Hemisphäre in der Nachsetzung ja ich bin so ziemlich am östlichen Rand bin ich dafür mein Gott ich kann Cybernetik machen ich muss Cybernetik machen ne habe ich hier irgendwelche Begriffe ich bin hier unterhalb der Zwillingsclown Nebel direkt ich muss Cybernetik machen ne Perfekt Perfekt ist hier irgendwie in diesem keine Ahnung Piratenreich verschollen hier an dem Wurmloch Jetzt brauche ich auf jeden Fall mal meine Sternenbasis aus, das will ich behalten. Bevor mir da irgendjemand auf lustige Ideen kommt. Oh, ich kann Hyperrelais bauen. Ja, geil. Ich brauche sowas von mehr Planeten. Da fehlt mir seltene Kristalle. Erbärmlich unterlegen, erbärmlich. Die Sonne braucht noch auf der Unterhaltung von Männchen, Jungs. Und dann macht ihr das. So, da bin ich wieder, weiter geht's. Ja? Ich überlege hier grad, net Plattfunk anzugreifen. Mit dem Stress mit jedem. Und ich weiß nicht, ob ich sehe an dem hier... Wie ist das schwarze Loch? Das siehst du nicht. Oder Funglob. Oder du kannst wahrscheinlich schon sehen, wer... Akzent. So, ich kaufe mal richtig ein. Ich brauche mir da ein Hyperrelais hier an meiner Hauptwelt. Was? Kannst du doch reich ergeben Anspruch? Wer? Wo? Ich sehe nichts. Die Hegemonie. Achso, die. Die sollen mir mal... Das will ich sehen, wie die mein Reich beanspruchen. Also, was geht's hier? Ja, ne, auch. Ihr habt ja Ideen. Ich bin stärker als ihr. Ihr seid mir unterlegen. Also, ich mache euch fertig. Das demonstriere ich jetzt auch, indem ich hier an der Basis hier erstmal... Oh, der Gott. Verteidigungsplattform bau. Null Mineralien. Praktische Gemeinschaft. Ja, der trete ich bei. Incoming Transmission. So, wo seid ihr? Was Drachenkrebs schreibt? Äh... Ein Hoch auf die Schatten. Äh... Heiabudela Creme. Knie vor den mächtigen Space Orca. Der Knaus wird alle vernichten. Alter. Gucke ich zwei Sekunden hier und dann schreibt DK irgendwelche Scheiße. Knie. Recythe complete. Recythe complete. Warte hier, ich brauche gern was. Es sind hier Timana, warum ist da Militärmacht? Ich gehe da mal hin. Bei der Anführerwahl enthalte ich mich mal wieder. So ein Mega-Konzern? Ne, dem will ich kein Forschungsabkommen geben. Ich wollte sehen, wie viel Stutz ich von mir gegen kann, bevor du es merkst. Achso. Ja, wie du siehst, einiges. Research complete. Die Massen sollen trauern. Das ist die Situation wichtig. Irgendwas wurde verabschiedet. Ich weiß gar nicht, was im Senat alles drin steht. Ich habe einen alten, achso, der weise Stein kommt wieder. Research complete. Sind wir für oder gegen das breite Schild? Äh. Also ich, auf jeden Fall. Sag mal, wo seid ihr denn? Wie heißt ihr überhaupt? Hier, Minarium. Hier gebe ich natürlich erstmal... Construction complete. Ach, da hinten bist du. So kommst du, diese Liste, oder was? Ja. Kommt, dann gebe ich dir noch einen... Nee, eigentlich... Du sollst mir nicht einen Gefallen geben, ich will dir einen Gefallen geben, damit es ein Plus ist. Research complete. Okay, dann danke für den Gefallen. Ich hätte es auch so angegeben. Ja, ich dachte, man muss immer ein Plus sein, oder wie war das? Back-Ease ist das so. Was? Back-Ease. Als Spiel dann ist es scheißegal. Ja, da hast du jetzt einfach einen Gefallen für umsonst. Wo wir schon dabei sind. Jetzt habe ich doch erstmal eine Botschaft bei Jolly. Construction complete. Welche Schwachen habe ich abgeschlossen, was? Construction complete. Er war ja auch immer eine Botschaft bei Jolly. Und er war doch nur ein neuer Rund. Wie die Schuss hier ist das? Also, die Schuss hier ist das mal so. Mehr Nahrung brauche ich hier nun wirklich nicht. Wer Ansprüche auf mein Ding erhebt hier im Anspruchsministerium. Das siehst du, Momentchen, das war irgendwo, das siehst du, wenn du auf irgendwo wo, das kannst du irgendwie machen, oh Gott, dann irgendwer bei mir gerade irgendein Randsystem kurz beanspruchen von euch beiden, dass ich das testen kann. Ein was System? Tercy? Hast du gerade ein bisschen Einfluss übrig zum Testen? Einfluss? Ja, schon. Kannst du mal eins von meinem Randsystem bei dir beanspruchen kurz? Wer ist denn Sorsi eigentlich? Ist denn der United oder wer ist? Entweder Turim oder halt Batsanat. Ich habe dir erstmal eine Botschaft bei Sorsi. Ansprüche stellten oder? Ja, einmal Anspruch erstellen. Ja, habe ich jetzt gemacht. Hast du gemacht? Ja. Lass uns Corona weiterlaufen. Ich bekam keine, keine Nachrichten. Nachrichten, also mhm. Also Turim, mach mich hier eins und wenn ich noch andere Anstellen mache, es gibt nichts für Anspruch. Ich kann nur suchen, mehr zu beanspruchen. Wer hat das? Nee, das bringt unbedingt was. Dann mach noch was. Du musst auf den Diplomatiekartenmodus gehen, unten rechts. Diplomatiekartenmodus? Und dann musst du ein Reich anklicken. Oder halt irgendein Reich, ne? Ja. Irgendein Reichsraum anklicken. Und dann siehst du, wo dieses Reich alle Sprüche hat. Ach so, die mit den blauen Feldern drumherum sind beansprucht oder wie? Exakt. Der will einfach Stress, der Typ. Der will drei Systeme von mir klauen. Ich glaube auch. So eins mit Planet. Den mach ich fertig. Dann mach ich mal wieder weiter, ne? Mhm. Dann mach ich mal wieder weiter, ne? Research complete. Mhm. Mhm. Da kann ich doch bestimmten Spionen. Incoming Transmission. Incoming Transmission. Dann baue ich mal ein Spionagenetz da auf bei dem. Weil soweit kommt es noch, dass der mir hier irgendwie Stress macht. Dann haben wir dann noch Meinungskarten hier. Incoming Transmission. Wo muss ich nirgends gehen? Research Complete. Incoming Transmission. Wir haben keinen Kriegs-Minister, das ist aber schlecht. Das ist der Sound-Deck. Chips Upgraded. Mandate von Tebaris, der Sound ist immer so geil. Und da brauchen wir eben noch mit beiden Schiffswerften. Chips Upgraded. Incoming Transmission. Incoming Transmission. Research Complete. Research Complete. An Hyperrelees. Mh. 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 Ich hab eigentlich zwei. Mh. Mh. Warten sich da nicht, ob ich es hier keine dicke Linie zwischen den beiden Hyperrelees. Nein. Mh. Ressourcen permanent. Mh. 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 Er�에서erteskipp. Obwohl sie beide aufgehört sind, kann ich erst probieren, wenn sie beide aufgehört sind. Obwohl sie nicht probieren kann, weil die eine zu groß ist. Wie zum Teufel! Du! Mach mal ganz kurz. Ich kann schon terraformieren. Nicht Kolonial. Nicht Kolonial. Das Glorious Kangaroo Attack in mir hat den Pilisi-Krieg erklärt. Jetzt schlägt er auf die Kleinen nieder. Was bist du für eine Rasse? Sagt DK. Ich bin ein Fliegenpilz bekanntlich. Also ein Pilzorio. Muss man wissen. Die haben keinen Anführer. Dann rekrutieren wir hier mal einen Admiral. 2-Admi-Räse. Das Hyper-Räse sieht man ja kaum auf der Karte mittlerweile. Die Linie ist so einen Zentimeter dicker als normal. Da kann ich einen Blocker entfernen. Die Leute sind verdammt unzufrieden, sehe ich gerade. Die brauchen dringend Unterhaltung. Hier kriegt ein Theater. Da ist die Kriminalität plötzlich weg. Und dann haben wir hier noch Generator-Gebäude, die... ...Giftiger Seetang wird auch entfernt. Hm. Research complete. Jetzt ist der militärisch ebenbürtig. Da muss ich aber nachhelfen. So, dann wollen wir doch mal den Spieß umdrehen und hier ein paar Ansprüche stellen. Bei dem drin. Und so unter anderem alles das hier. Und das hier unten auch alles. Na, statt Wur nehme ich Pizisi. Geht hier nicht, dass der... Mein Admiral ist im Alter von 103 gestorben. Da muss niemandem was trauern. Äh... Ich enthalte mich bei der Wahl wieder. Seltene Kristalle mache ich minus. Das gefällt mir so aber nicht. Machst du hier auf dem Planeten mal... Das ist eine synthetische Kristallanlage. Und gleich zwei Stück kannst du da machen. Da kriegen die Leute Arbeit. Und hier brauchen wir glaube ich Häuser. Research complete. Block erklärt. Hm. Ich mach mal ein paar andere Armeen. Ich will den Platten machen, den... ...Lurios hier. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Okay. Machst du mir? Lass mich damit nicht... ...dass du mal aufst学. Ja, ich kann nicht nachdenken. Um... Und jetzt. Wo war denn hier Unterwerfung fordern? Ich will hier diesen Pelisi, den will ich mal zu meinem Vasall irgendwie machen. Wie geht denn das? Ich habe sogar mit dem einen Wirtschaftspark und einen Forschungsabkommen, aber ich weiß gar nicht wie. Ich kann das nur stellen. Easy at 2. Wie kann ich jemandem Vasallität anbieten? Du öffnest ein diplomatisches Fenster. Ja, ich bin hier im Fenster. Oder war es in einem anderen Menü? Nee, und dann tust du die Unterwerfung vorschlagen. Wo ist denn das? Ich sehe das hier nicht im Menü. Was steht da unter Unterwerfung vorschlagen? Hä, wo? Gehst auf ein anderes Reich. Entschuldigung. Hier gibt es kein Unterwerfungsvorschlagen. Also, bei mir geht das. Bei mir ist da kein Knopf für. Ich kann Beziehungen verbessern, Spionages ausbeziehungen verschlechtern, Krieg erklären, Ansprüche stellen, Handelsankommen anbieten, Wirtschaftspark schließen, Forschungsabkommen schließen, Unabhängigkeit unterstützen, Migrationsabkommen anbieten, Grenzen schließen, Botschafter zurückbeordern, heimlichen Treue vorstellen, Rivalität erkennen und beleidigen. Mehr ist da nicht. Ist es eventuell ausgegraut? Nee, es ist nicht mal da. Dann keine Ahnung, weil da muss es sein. Bei mir ist es auch da. Dann habe ich keine Ahnung, warum es bei dir nicht da ist. Kann ich noch mehr Ansprüche stellen? Das kann ich beanspruchen. Sind wir in Pause? Momentchen. Ja, ich muss schauen. Ich bin Quanten-Möbel-Links. Das ist ein nicer Porsche, damit ich... Wenn ich in die Gesellschaft gehe, ist es leider bei Nettigstädte. Vielleicht ist es Schwachsinn aber nicht fertig. Aber keine Ahnung, wie es... wie es jetzt fertig machen kann. Ich bin ja abgeschlossen. Aber wie? Hast du es? Da steht ja nicht Cybernetic, ich besuche irgendwas zu apporten. Da steht da, wir haben das Fleisch schwach noch nicht abgeschlossen. Da steht da. Ah, du musst... Äh, du musst dann wohl, äh, 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 die, äh, die Tradition, die entsprechende Tradition vollmachen. Welche Tradition? Du hast die Tradition noch nicht genommen? Die, die, äh, welche Tradition? Ich habe Cybernetic genommen. Ich habe jetzt 0 von 5, steht das bei mir. Und wenn ich versuche, jetzt erstes zu machen, dreht da hier ab, das Fleisch ist schwach noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und dann steht es da bei den Aufschicksauteilen halt so... Ich bin jetzt davon ausgegangen, weil da steht neue Forschungsoption Quantum Neuralink. Mhm. Ist vielleicht irgendwas mit Quantum Bullshit? Neue Forschungsoption. Quantum Neuralink. Das musst du wohl, ich schätze mal, erforschen. Aber ich muss es mir ja weißen. Ja. Das sollte bei dir aufkommen. Ja, das ist es schon manchmal, aber manchmal nicht. Ja. 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 Ich mach weiter. Ja. 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 Ich geh jetzt auch noch ein paar Minareien. Ja. 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 Hm? Hm? Hm. Research complete. This is a lot. What? Heimlich die Treue schwören. Gib mir der Confederacy. Das ist gut. Den wollte ich ja eh als Vassal haben. Achso, ich konnte den nicht vassalisieren, weil der andere den vassalisiert hat schon. Aber jetzt hat er mir heimlich die Treue geschworen. Heimlich. Heimlich. Ja, heimlich. Das macht er nicht offiziell. Heimlich. Construction complete. Kaufe ich jetzt erstmal Mineralien. So, ähm. Heimlich complete. Du brauchst mal weiter meine Hyperrelais. Bis zur Grenze. Aha. Gleiflos wieder. Ist immer noch komisch, dass mich kaum noch sieht auf der Karte die Hyperrelais. Die waren doch eigentlich mal so voll sichtbare Linien. Aber jetzt sind das noch so leicht dicker als sonst. Geist die Geräte und die Wuppe ausgerüstert. Dr Theater! Dumpf. 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 Das hat nur irgendein Megakonzern, er erklärt einem Schlam bewusst für den Krieg, warum auch immer. So, dann kann ich nur noch eine Angriff-Armee hier rekrutieren, wer ist Nona? Nein, Evo kommt nicht, meine einzige berühmte Vorführerin, nein, geht weg, verpisst euch, gute Güte, weg mit euch. Komm ich gleich raus. So, das macht eigentlich mein Spiel. So, ich hab keinen Gesandten, der das macht. So, die Überraschung ist complete. So, die Überraschung ist complete. So, die Hyperrelais-Strecke wird zur Grenze, wird weitergebaut. System-Survey complete. So, die Überraschung ist complete. Geil, dass er ein Forschungsabkommen mit mir machen will, wo ich weniger Forschung geben muss, was er mir gibt. Geil, dass er nicht terraformieren, sondern hier die Dinger entfernen, machst du. So, die Überraschung ist complete. Aber Konsumenten sind voll tatsächlich. Das habe ich auch noch nicht. Sonst habe ich immer Mangel an Konsumenten. Wenn wir eine Botschaft haben, okay. Botschaften erlaube ich. Sozialexperimente macht irgendjemand hier, äh, hat hier wahrscheinlich jemand einen Bombenprank gemacht und verkauft es jetzt als Sozialexperiment oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich weiß nicht, ob es das ist. Blocker cleared. Ships upgraded. Schleifleier. Hm. Incoming Transmission. System Survey complete. So. Der braucht weiter das Parisee. System Survey. Schleifleier. Schleifleier. Oh dann lange ich hier nichts zu tun habe. Das ist da einer meiner Sternenbasis noch hin. So, b*****', jetzt geht's loooooooos. Was geht los? Ich colo ... Musika ... äh, ich ... Ich colo ... Ich colo ... Ich kolonisier gerade, ich glaub 8 Planeten auf einmal, damit komme ich von Typerneten auf 12 Planeten. Merkantil ist noch ein guter Aufstiegswort da immer. Jemand glaube mein, äh, Johnny? Mir bitte. Merkantil war als Tradition noch gut, oder? Hm, potenziell. Ja komm, dann nehme ich das jetzt. Merkantil will ich als nächstes auch nehmen. Ich habe ja gerade schon eine hohe Wohlstand genommen. Hm. So, die Überreliefstraße wird weitergebaut. Das habe ich hier angehabt, das ist Geschützbatterie. Top-Diego-Batterie brauche ich auch noch und da könnt ihr auch noch eine Schiffswerf, eine einfache hin. So, dass ich dann quasi direkt an der Grenze neue Schiffe bauen kann. Um in dem Krieg gut, äh, gut zu sein. Research complete. So, hier haben wir wieder irgendwas dafür aufwerten können. Sibirium 2 und Kraft, die wir aufs Chimanetik fuhrt. Beunruhigend. Ich weiß nicht wirklich, warum das beunruhigend ist, aber... Äh, wie konnte man eine Föderation dann gründen? Ich weiß nicht, dass wir uns mal verbünden können. Ich weiß nicht, dass wir uns mal verbünden können. Schiff's Upgraded. Oh, ich hab zwei schönes Geld. Whatever. Jetzt mir schon militärisch überlegen, wie ist denn das passiert so schnell? Schiff's Upgraded. System Survey complete. Dann bewaffne ich mal Freibeuter gegen denen. Anomalyse gefunden. Ich hab noch. Oh, wie kann ich das hier nicht aufwerten, die Flaute? Ihr habt keine Arbeit, oder was? Research complete. Construction complete. Incoming transmission. Wie konnten wir die denn so schnell überlegen sein mit seiner Militärflotte, obwohl ich die ganze Zeit Flotten ausbaue? Research complete. Ich brauch mal exotische Gase. Okay, jetzt kommt das über das Flottenlimit, aber wie kann man das erhöhen, das Flottenlimit? Da braucht man doch irgendein Gebäude. Äh, Bollwerke. Die man braucht basicly Soldaten für eine größere Platte. Bollwerke. So, da hat er die Flottenkanzlerin und Wirtschaftsverteidigungsarmee. Dann bauen wir hier ein Bollwerk hin. So, da kannst du sie abbauen oder halt selbst machen. So, da kannst du sie abbauen oder halt selbst machen. so, da kannst du sie abbauen. Ships upgraded. So, da kannst du sie abbauen. So, da kannst du sie abbauen. So, da kannst du sie abbauen. So, das ist eine gute Idee. So, das sind die Flottenkanzlerin. so ich muss glaube ich mal mehr planen habe ich noch mehr planeten die das habe ich verspielt ich habe nur roboter und meine spezies bei den robotern sind fünf mähdrescher dabei so freibäuter bewaffnen machen wir weiterhin die durchbruchstschloss bei null ist natürlich nicht so gut das ist ein sehr schönes das ist ein sehr schönes problem zu haben okay ich bitte dich so wir haben eine überrelaisstraße bis zur grenze ich muss ganz kurz pausieren jungs bis gleich kurz pinkelpause rufe ich kurz aus ich muss nämlich ganz hart aufs klo bis klein